Hallo miteinander, ich bin Mario. Ich mache ein KV bei Baubedarf Rechner MIAUTO im letzten Lehrjahr und nehme euch in meinen Berufsalltag mit. Ich habe mich für die Lehre entschieden, weil es eine sehr gute Grundlage für die Zukunft ist, wo man darauf aufbauen kann. Die Lehre bei Baubedarf Rechner MIAUTO sollte man machen, weil sie extrem vielseitig ist. Man bekommt einen Einblick über die verschiedenen Abteilungen von der Administration bis zum Kundenberater rüber. Wenn man das KV machen möchte, braucht man gute Deutsch- und Fremdsprachenkenntnisse. Man sollte ein Teamplayer sein und offen sein, damit man oft mit Kunden in Kontakt steht. Am meisten Spass an meinem Beruf machen wir Kundenberatungen, weil dort kann ich auf die individuellen Wünsche der Kunden eingehen und sie optimal beraten. So, jetzt haben wir einen kleinen Einblick in meinen Berufsalltag bekommen. Wenn es euch gefallen hat, bewerbt euch noch jetzt als Kaufmann oder Kauffrau bei der BR Bauhandel. Musik 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 Vielen Dank.